Während der Schwangerschaft bekommt man kaum eine Frage häufiger gestellt, als die nach dem Babynamen. Am besten verrät man den aber nicht vor der Geburt. Aus diesen Gründen. 1. Unerwünschter Rat Egal für welchen Namen ihr euch entschieden habt, ob klassisch, modern oder besonders, es wird immer Einwände geben, weil Menschen glauben, euch noch umstimmen zu können. 2. Ihr entscheidet euch um Manchmal weiß man erst, wie das Baby wirklich heißen soll, wenn man es im Arm hält. Hat man vorher einen anderen Namen verkündet, kann man sich gedrängt fühlen, den alten Namen zu behalten. Schließlich rechnen alle damit. 3. Ihr inspiriert andere Wer Wert darauf legt, dass der Name seines Babys im Freundes- und Bekanntenkreis ein Unikat ist, sollte der schwangeren Freundin besser nicht von der Namensidee erzählen. Am Ende ist das Wichtigste, dass du und dein Partner oder deine Partnerin den Namen liebt. Egal, was alle anderen sagen. Beobacht... Beobacht zu Costitze Beobacht zuđentieren und meinen Kanal